Musik Den Stubaid Ultra Trail macht besonders, dass wir um kurz nach Mitternacht in der Landeshauptstadt, in der Olympiastadt starten, dann hereinlaufen ins Stubaidal, entlang zahlreicher Wasserfälle, Naturschauplätze, entlang der Stubaid Seven Summits und dann schlussendlich im ewigen Eis, direkt im Angesicht des höchsten Berges der Stubayer Alpen, dem Zuckerhütl, das Ziel erreichen. Ich liebe Spiele, ich liebe neue Herausforderungen, das ist genau das, was wir alle treffen, wenn wir auf dem Berg fahren. Wir sind hier in einer wahnsinnig schönen Landschaft, wir können hier tolle Trails laufen und der Zieleinlauf hoffentlich auf einem Gletscher, das ist was ganz Besonderes. Mein Motto für den Stubaid Ultra Trail ist höher, schneller, weiter und steiler. Musik 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 Jetzt sind wir hier am Graber Wasserfall, 52 Kilometer der Strecke sind geschafft. Die Athleten erwarten jetzt aber das Herzstück des Laufs, es geht rauf auf den Gletscher, nochmal 1600 Höhenmeter bis ins Ziel auf 3100 Meter an der Jochtole. Musik 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 Ich habe noch ein Folle für mich, also ich bin sehr, sehr froh. Hier ist sie, die Sieg-Event 2018! Stuhl Tracé taucht bei Salomon! Christine Berglund! So hart, also echt hart. Ein echtes Superrennen! Wir sitzen PLK. L siguiente.